servus zusammen recht herzlich willkommen zu einer neuen folge landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem kanal und wir spielen das wunderschöne projekte big farm auf neubattels hagen und big deswegen weil wir zum beispiel hier mit dem großen krampe und dem nrn unterwegs sind m a n unterwegs sind zum restaurant und das wird jetzt eine kleine ja rangiererei so hier geht es rum und wir haben ja ein ernteauftrag angenommen auf feld nummer 10 da sind wir jetzt mit zwei dreschern wieder mal unterwegs mit unserem john bier und mit einem fendt ideal so und abladen und jetzt bin ich hier gerade ein bisschen überlegen wie immer hier am besten wieder rauskommen also wenn man es korrekt machen will ja beim nachbarn rückwärts reinsetzen das wird eigentlich nicht funktionieren okay wir fahren mal hier rückwärts und dann schauen wir mal okay und dann jetzt hier rum kommen wir hier um die blumentöpfe rum ja oder mensch ja aber der helfer hätte das wohl nicht geschafft ich habe übrigens auch festgestellt dass es auch mit unserem messi ferguson hier nicht funktioniert mit dem helfer der fährt hier nämlich einfach mal geradeaus aufs auto drauf das schlägt noch nicht einmal ein sondern fährt einfach geradeaus drauf so ich glaube mittlerweile ist auch schon der nächste drescher wieder abtankt bereit jo und da seht ihr es auch das richtig action mit einem abfahrer und irgendein drescher bewegt sich hier nicht das ist der ideal natürlich der ideal da vorne fährt unser johnny okay augenblick 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 da machen wir das doch so ja direkt hier okay na nee so rum okay kommen wir vorbei ja und einmal abtanken so mittlerweile habe ich auch nachgesehen das ist der diamant 12 von capello und der diamant 12 ist nicht wie der name vermuten lässt zwölf meter bereit sondern nämlich nur neun meter während eben unser johnny hier er hat ein zwölf meter schneidwerk und deswegen kommt er auch immer um die kurven rum ohne nochmal zurück zu setzen das ist auch schön er kann nämlich einmal direkt rumfahren und gleich wieder einscheren ins feld nicht schlecht nicht schlecht so er ist fertig ups er ist fertig so glaube ich ein bisschen am gruppen ja okay drücken wir mal ein auge zu so jetzt muss ich nämlich gerade mal schauen und zwar hier zack 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 da ist es das diamant 12 von capello so ist richtig diamant 12 neun meter und lustigerweise das achter ist sechs meter naja okay das zum thema typen bezeichnung und ihre führung ich weiß es nicht dann schauen wir mal der fendt quatsch der johnny er hatte johnny ist jetzt auch gerade fertig da müssen wir dann auch noch mal aus der spur raus fahren das geht jetzt aber auch ganz schön flott hier muss man ehrlich sagen so und gut ist einmal um den lkw rum einmal hier rein so und wir sind bei 70 prozent weil wir ja da unten das stück noch haben was da unten so nebel ist im dunst da haben wir noch ein großes stück abzuarbeiten sehr schön mittlerweile müsste auch lass mich mal ganz kurz gucken die bga wieder laufen ah nee ist noch nicht ist noch nicht drin wir sind 8 56 okay dauert noch ein paar minütchen dann schmeißen wir die bga nochmal an und dann wird da hoffentlich auch wieder geld reinkommen so ich bin auch mal gespannt was wir hier auf diesem feld an überschüssiges mais ich will noch fast überlegen ob man das dann einfach einlagern sollen aber auf der anderen seite brauchen wir die kohle so jetzt muss ich ein bisschen mit meinem kopfhörer spielen so jetzt passt wieder ok ok 40 ich überlege gerade eigentlich könnten wir den doch schon abbrechen weil der johnny wird ja wohl hier jetzt den rest alleine schaffen dann könnten wir den nämlich schon mal hier los schicken wir nehmen aber die rechte seite weil da haben wir dann einen kürzeren weg zum abfahrer naja ich überlege jetzt nur gerade wird der mit 42 wir sollten die noch mal abtanken so und zwar mit ihm hier mit dem ferguson mit dem messe der wie gesagt auch nicht viel besser ist jedenfalls als abfahrer was den helfer angeht zumindest zum restaurant aber unsere felder die werden wir ja dann ins silo bringen das ist ja da oben ganz da oben ist das silo da oben jetzt sieht man es hier durch die bäume sieht man es links das silo und da kommen auf jeden fall die beiden fahrer die beiden abfahrer wesentlich besser 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 zu recht so also restaurant ist sowieso so ein problem kind wegen diesem auto was da so komisch geparkt ist wo ich mir auch nicht ganz sicher bin ob das überhaupt korrekt geparkt ist naja oh schon fertig tatsächlich gut weil dann schicken wir den kollegen hier auf reisen und dann kann er uns da schon mal ein bisschen hier den weg frei machen und das müsste doch hoffentlich reichen dass er auf dem rückweg dann abgetankt werden kann dass das rohr das abtankrohr dann auf der richtigen seite ist so was sagte johnny 41 ok ja ja da fährt er jetzt noch einmal hoch und einmal runter und dann passt das sehr gut sehr sehr gut ja ihr seht es ich war jetzt ein bisschen vorsichtig und habe jetzt mal erstmal die uhrzeit auf 05 runter gedreht die können wir jetzt eigentlich auch wieder hoch stellen auf echtzeit weil ich bin ja jetzt sehr optimistisch dass wir bis um 10 uhr hier fertig sind und dann müssten wir für die anderen zwei felder wenn wir hier zu zweit sind mit zwei maschinen schon arbeiten dann müssten wir doch relativ zügig da fertig werden und dann können wir auch noch Feld bearbeitung angehen in diesem monat schon mal die felder ein bisschen vorbereiten auf jeden fall entsprechend auch düngen vor düngen denn wir haben ja jede menge gärreste 219.000 liter und die will ich eigentlich aufs feld bringen genau damit wir dann ein bisschen am dünger am kunstdünger sparen so und dann können wir eigentlich mal selber auch wieder übernehmen dann fahren wir hier in die spur sehr schön ja mais und sonnenblumen das macht mir spaß dann hier aus der eigenen aus der aus der kanzel heraus aus der ich perspektive hierzu arbeiten da geht es ganz gut wenn man hier die fahrspur gut sieht ohne hier also rechts gucken zu müssen so 73 prozent okay das passt sehr gut ja also zwölf meter schneidbreite hier also die breite des schneidwerks des des mais pflückers der ist also zwölf meter ist schon ordentlicher also damit kann man richtig gut arbeiten vor allem hier auf diesem big farm projekt und so werden wir dann auch weitermachen und früher oder später muss auch ein zweiter drescher wobei ich ja fast zum überlegen bin ob sich das überhaupt lohnt wenn man eben keine aufträge macht also wenn man aufträge macht dann lohnt sich ein eigener drescher aber wenn man jetzt nur für die eigene ernte ich meine das ding steht dann im prinzip locker neun monate rum und dafür zahlt ihr also da ist fast zu überlegen und man dann drescher eben nicht mietet das müsste man echt mal auch ausprobieren ob es sich dann nicht lohnt so eine maschine die eigentlich dann kaum eingesetzt wird außer natürlich wie gesagt man nimmt jede menge aufträge an und das bietet sich ja für uns hier schon an weil wir im moment noch nicht so flüssig sind und wir ja auch selber nicht so viele felder haben wie ich zum beispiel am ende meines datel tagen ich weiß gar nicht wie hieß denn das projekt jetzt wieder ich bin jetzt ein bisschen überfragt also vor dem update als ich da noch in dem projekt war habe ich ja fast alle felder gehabt und dann haben wir logischerweise ja fast nur für uns gearbeitet da war das natürlich eine ganz andere geschichte hat man den ganzen tag eigentlich gebraucht um seine felder zu ernten und dann war es natürlich schon logisch dass man eigene drescher hatte oder das werden sogar glaube ich dann am ende zwei ich bin mir gar nicht mehr so sicher so dann schicken wir den hier einfach mal los weil dann können wir ja sehr gut 71 das passt dann können wir nämlich mit ihm hier mal abtanken da müssen wir ein bisschen aufpassen ah ja der hat keine kollision zumindest nicht hier am krampe ja so ein bisschen wieder hier rein ins feld so noch das wollte ich noch mal kurz nachgucken wie war denn das bei den lkws der man 4x4 ja doch allrad ne ah feines teil so wie schon leer äh achso ja ja motor an so da unten da unten kommt der andere dann machen wir doch mal folgendes weil ich denke dass er jetzt gerade wird er jetzt schon langsamer ja habe ich es doch richtig gesehen und wieder mal richtig geahnt auch ihn hier können wir abtanken sehr gut das passt ja wieder mal gutes timing so er ist jetzt leer sehr schön dann können wir ihn auf die andere seite setzen so das geht ja wieder das pretzel backen was ist mit ihm ist er voll nein der ist überhaupt nicht voll okay so und wie sieht es beim lkw aus 74 der ist auch noch nicht voll also da können wir beide nochmal abtanken ah und jetzt sehe ich gerade 9 uhr 3 das heißt unsere bga müsste jetzt gefüllt sein dann können wir die jetzt mal anschmeißen so ok ja ist gefüllt sehr schön dann läuft jetzt auch unsere mini biogas anlage sehr sehr gut und dann können wir da auch ein bisschen geld verdienen so was ich von euch gerne wissen möchte farmcon die farmcon ist ja in kürze die farmcon 23 und zwar in lauingen und zwar in der deutsch fahr arena lauingen das liegt ja meines wissens zwischen ulm und augsburg oder augsburg ja zwischen ulm und augsburg liegt ja lauingen und da würde mich mal interessieren wer von euch da eigentlich hinfährt zur farmcon juli erster und zweiter über zwei tage geht das ganze und finde ich spannend würde ich auch mal gerne hingehen leider bin ich ja schon ein bisschen verplant zu dem zeitpunkt aber lasst es mich doch mal wissen schreibt es in die kommentare oder wer war denn schon mal bei euch von euch in der bei auf der farmcon die letzten jahre das würde mich mal interessieren so wie sieht es aus ja den lassen wir mal auf der linken seite ja sehr gut sehr gut ne spritzen können wir noch nicht können wir eigentlich düngen wir könnten eigentlich düngen aber dann nehme ich lieber den anderen dazu so weil ich glaube da brauchen wir pflegebereifung oder dann könnten wir eigentlich hier so so dann tun wir den hier mal kurz umbauen äh konfigurieren reifenvariante pflegebereifung sehr gut zack das gewicht ist wieder unten und dann werden wir mal die spritze holen wobei ich jetzt nicht weiß ich glaube da ist Unkrautbekämpfung also da ist ja Pestizid Herpezid so was haben wir da drin ja nicht das gute das können wir mal kurz hier rauswerfen weil wir haben hier einige Felder die wir noch düngen müssen das können wir ja in der Zwischenzeit mal machen oder beziehungsweise mal vorbereiten äh stopp jetzt muss ich wieder gucken wie war das das hier ja so jetzt muss ich überlegen wo war denn jetzt das Material wo war jetzt der Dünger aber ich glaube wir haben keinen Flüssigdünger ne ist das das Problem ist das das Problem äh lasst mich mal kurz schauen und zwar ich glaube am anderen Hof kann das sein dass hier am anderen Hof was haben wir denn hier ne Pflanzenschutzmittel Flüssigdünger ja bingo ja toll da kommen wir jetzt aber nicht ran ne oh okay dann müsste der andere erst hier mal rausparken weil das ist nämlich gar nicht verkehrt dann können wir schon mal die zwei Felder die neuen da müssen wir unbedingt düngen ich bin mir auch nicht sicher was hat denn noch angeseht ich überlege gerade was haben wir denn hier noch angeseht so das fällt hier Raps Raps und da haben wir Weizen und die müssen glaube ich alle noch gedüngt werden wenn ich richtig weiß so da haben wir Dünger drin aber ich ah stopp doch das müsste doch gehen mit dem müssten wir doch eigentlich wenn noch die erste Wachstumsstufe ist haben wir noch keine meines Wissens noch keine ähm Fruchtzerstörung jo dann fahren wir mal hier rum oh der Kollege hier ja vielleicht sollte er mal auf dem Gehweg laufen so ein Tipp von Fußgänger zu Fußgänger so hier links rein um den Teich herum mittlerweile müssten doch die Drescher wieder voll sein zumindest einer aber jetzt bringen wir den hier erstmal in Position so so und die Hilfe werde ich jetzt auch gleich nochmal einschalten müssen weil ich bin mir jetzt gar nicht sicher was wir jetzt hier für eine Ausbringbreite haben äh zack so äh ach das können wir bei dem glaube ich gar nicht einstellen okay dann schauen wir aber erstmal wie weit die Drescher sind natürlich er hier ist zum abladen er kann auch abgetankt werden okay dann bringen wir doch beide in Position dann sind nämlich auch er ist ja ja doch der wird dann auch voll sein höchstwahrscheinlich so ja da müssen wir wieder leider rausfahren wieder auf der falschen Seite auch wenn wir wie gesagt bei den Aufträgen keine Fruchtzerstörung hätten warum er ist trotzdem ordentlich blink 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 das ist irritierend wenn er keine richtigen Rundum Kennleuchten hat so wie hier der MAN so und dann springen wir mal wieder hier raus blink 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 ja also so gut finde ich sieht man die gar nicht aber ich bin ja auch nicht der TÜV so so er hat noch ein bisschen Luft da können wir nochmal abtanken 87 er hat auch noch ein bisschen Luft ja obwohl wenn die 5000 drin sind ja dann ist der eigentlich voll dann können wir den auch wegbringen so das Rohr wieder einfahren wieder in die Spur gehen und ab die Post ja da sind die beiden unterwegs der Fendt Ideal und der Johnny X 9 wunderbar den anderen sieht man gar nicht jetzt schauen wir mal wie es hier aussieht mit dem Düngen weil Stickstoff 180 ja da muss auf jeden Fall gedüngt werden wie sieht es hier drüben eigentlich aus ich habe echt keinen Schimmer äh Unkraut Hacke und hier muss auf jeden Fall auch Stickstoff drauf aber das ist ja auch erst wenn der Hacke steht Unkraut Hacke dann ist das ja auch erst die erste Wachstumsstufe dann schauen wir mal aber es dürfte glaube ich keine Fruchtzerstörung geben wir hätten das Ding aber auch gleich wieder voll machen können so jetzt bin ich aber ein bisschen jetzt weiß ich gar nicht wie weit tut der jetzt da rauswerfen ich glaube Dünger sehr viel oder bei Kalk war es nicht so viel ja man kann sich auch irren wir schauen mal ganz kurz ne doch das hat eigentlich gut gepasst wenn ich das richtig sehe so ja doch das passt ja ich schaue links unten auf die Map ja doch ein bisschen könnten wir noch rüberfahren aber wir brauchen auf jeden Fall so hier keine Pflegebereifung hier am Anhänger weil der fährt hier natürlich schon hier mit ganz schön breitem äh äh Fahrwerk hier drum äh mit Breitreifen hier rum so gut ja dann können wir hier auf jeden Fall mal düngen wie sieht's aus da macht er schon ordentlich drauf wir sind ja einmal haben wir Gärreste draufgepackt das sind dann 60 Gramm beziehungsweise 60 Kilogramm aufs Hektar und jetzt packen wir hier mit dem mit der Automatik sozusagen den Rest drauf und dann sollte das Feld doch hoffentlich ordentlich gedüngt sein und wenn wir hier mal ganz kurz hier im Precision Farbing reingehen so hier dann sieht's doch so aus Stickstoff ja genau da müssen wir noch ein bisschen was machen da sind wir jetzt bei 97 Punkten und 100 wäre ja erstrebenswert um 15% ja Verkaufspreis Steigerung zu bekommen Jo ja dann schauen wir mal okay pH Stickstoff ja sieht doch gut aus okay wie sieht's so mit der Wende aus fährt er bis runter der fährt bis runter okay dann lass ich dich jetzt erstmal kurz alleine er ist bei 64 so dann könnten wir ihn ja nochmal Motor starten abtanken ach ne der ist ja voll er ist ja voll dann bringen wir ihn mal weg aber was wir machen könnten wäre den Johnny kurz anhalten weil sonst fährt er wieder hoch und wir können ihn nicht abtanken wohl mir fällt gerade ein wir haben ja noch einen Trecker der hier ist voll aber wir können den nicht automatisch fahren lassen das bringt nichts 79 okay dann halten wir den mal an fahren das Rohr raus und lassen erstmal den Motor aus so und dann machen wir den hier voll und bringen den dann zum Restaurant sehr gut und werden wir hier dann das Feld hier fertig abernten und dann alles bereit machen um dann auf umzusetzen sozusagen auf unsere Felder und dort den Kollegen dann ja mit dem wir ja abgesprochen haben dass wir erst sein Feld machen und dann anschließend er uns unterstützt bei unserem Feld ja bis dahin machen wir jetzt hier ein kleines Break ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen hoffe es war wieder ein bisschen unterhaltsam und spannend wie gesagt wir haben jetzt hier sehr jede Menge zu tun mit der Ernte mit Sonnenblumen und Mais auf unseren Feldern und wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin sage ich tschüss 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 tsch